Happy Birthday, do you? Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Retro Gamble. Heute ist Dienstag und ich spiele Days After. Viel Spaß! So Leute. Ich habe gerade mal so überlegt und nachgeschaut. Ich werde heute einmal die Brücke machen, ganz schnell. Dann die Abstützstelle hier, oder Abwurfpunkt machen, ganz schnell. Und danach muss ich wieder in der Mine gehen. Ja, das ist so mein Plan für heute. Dann sehen wir uns gleich erstmal bei der Brücke, und danach bei der Abwurfstelle. Wenn ich bei der Abwurfstelle alles habe, was ich brauche, dann geht es da hin. Ansonsten lasse ich das aus und wir gehen direkt zur Mine. Let's go! Wir sind bei der Brücke, aber wisst ihr, was passiert ist? Ich habe meine Sachen vergessen. Oh nein, ey! So ein Mist. Habe ich die Sachen vergessen? Da habe ich nur. Okay, den kann ich nehmen. Warte mal. Ich hoffe, da ist eine Waffe drin. Eine Waffe ist schon mal da. Okay. Eine Waffe ist schon mal da. Mal schauen, wie weit wir mit dieser Waffe kommen. Ich darf also nicht zu den schnellen Zombies gehen. Ich weiß, dass hier oben einer ist. Ein schneller Zombie. Oh, okay. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, ne? Dadurch, dass ich irgendwo hier... Ich hoffe, dass ich mich so war. Das hat eine Waffe. Das wird schon gut gehen. Was ist das? Jetzt können wir uns schon mal die nächsten zwei Kisten anschauen. Vielleicht ist da ja etwas drin. Oh, die Waffe ist schon kaputt. Wird jetzt wieder ein bisschen spannend. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, aber jetzt haben wir einen Vorteil. Wir haben hier ein bisschen Holz liegen. Hier haben wir einen Stein. Ich glaube, ich bräuchte zwei Steine. Ich brauche noch Seil und Klebeband. Klebeband. Oder nur Gras. Da haben wir leider nicht alles. Okay, der Wolf hat uns gesichtet. Was machen wir? Ja. Was machen wir? Ja. 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 Okay, ich kann Sachen bauen. Also, es fehlt eigentlich nur noch ein Stein und ein Klebeband. Oh. Ups. Upsala. Ein Stein und ein Klebeband. Oh nein, meine Hose. Meine gute Hose ist kaputt. Oh. 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 Immer noch nicht. Das ist ärgerlich. Immer noch nicht. Immer noch nicht. ach der mich erwischt egal machen wir den platt wir boxen ihn einfach kaputt ok so schwer ist er ja auch nicht warte mal wir packen so lange zur seite das hier oder wir futtern hier die dose zack warte mal Hay, bis lehmig. Eftisch! der dauert ewig 1 1 1 1 1, 2, 3, 2 1, 2, 3 We're walking. Ich habe was. So. Oh. Kopfbedeckung. Oh, so Handschuhe brauche ich. Hm. Das war ein Mist. Dann haben wir hier noch einen Zombie. Den hauen wir mal schnell um. Und ihr müsst noch ein Reh haben. Zack. Das war's. Jetzt haben wir alles umgehauen. Was brauche ich nicht jetzt grad mitzunehmen. Haben wir alles umgehauen. Was hier lebt an der Brücke. Und gleich in der Basis muss ich erstmal. Oder erstmal nicht. Muss ich gleich auf einem. Schuh machen. Äh Hose machen. Und Handschuhe. Gut. Das war der erste Akt. Wir haben uns angeschaut. Und die anderen zwei kommen sofort. Bis gleich. So Leute. Ich bin jetzt bei Abwurfpunkt. Aber ich werde die Miene gar nicht schaffen. Ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe. Klappt ja gar nicht. Ich habe doch gar nicht so viel Zeit. Ähm. Wir werden jetzt erstmal hier schön einkaufen gehen. Ich brauche davon drei. Und davon drei. Die brauche ich eigentlich gar nicht. Ich habe davon allerdings. Ich glaube noch zwei in der Tasche. Vielleicht könnt ihr das ja nächstes mal probieren. Mit denen hier nur drei normalen. Vielleicht. Okay. Los geht es. Einmal kurz die Sachen alle hinstellen. Einmal kurz die Sachen alle hinstellen. Und den. Und den. Und den. Und den. Und den. So. Das war's. Ich bin bereit. Wo ist der erste Hiopie? Wer kommt da? Das war's. Wir haben. Ja. Wir wollen. Ja. Wir ändern. Es nicht. Wir werden. Wir vermeiden. Wir werden alle hierartoisten. Wir werden. Wir werden. also ich habe dreimal zudem habe ich noch eine andere waffe mit, aber soll ich die auch noch verballern? Keine Ahnung Ich glaube nicht Das war es doch schon Ich habe gerade gesagt von wegen hier, du musst reparieren, waren schon alle down Also, alles easy, ich stelle die ganzen Kisten einmal einsammeln Hier links zwei Stück, das ist ein bisschen doof, nicht beide? Jawohl, beide bekommen So, jetzt habe ich noch Ah, nein, das gibt es doch nicht Ich habe so viele Sachen wieder mitgeschleppt Ich muss ja was von Basis laufen, Sachen abgehen Und dann wiederkommen, den Rest holen Ja 200 Oder ich kaufe schon für nächstes mal alle Sachen Habe ich nur einen Platz frei? Ne Also, wie das ist, der Basis Lässt ich in Sachen holen Und dann Ich finde schon was, bis gleich Ok Leute, wir sind hier Auf der Karte Und ich habe mitgenommen Oh, falsch Hier mitgenommen Eine Schatzkarte Wir benutzen einfach die Schatzkarte Machen wir das nochmal schnell Und da ist er der Schatz Laufen wir dahin Und besuchen den letzten Schatz für heute Und dann würde ich auch sagen, das war es für heute Aber wir machen erst noch diese Karte fertig Weil die ist klein, geht schnell Und Erstmal ein bisschen weglocken Meine Mütze ist kaputt Was haben wir da noch Was haben wir da noch Juri 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 Oh, ich muss mal gleich Gewandsmittel nehmen Die Radioaktivität Die Radioaktivität Alles im grünen Bereich Außer meine Mütze Ich glaube ich Oh, da würde ich glaube ich Mein Schießeisenlegen Hier Ich glaube ich Höf Über Ab 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 da hat er mich ja voll erwischt gibt es ja nicht aber nicht richtig aufgepasst schon als bin ich ja fast tot ok den brauche ich doch nicht, er ist bei 42 nichts was wir für jetzt sofort gebrauchen könnte normalerweise ein normaler aber dadurch dass ich gerade ein bisschen knapp mit meiner energie bin ein flitzer so so da kann ich auch nicht nehmen aber eigentlich gibt es hier auch nichts mehr nur noch gegner ich kann hier auch nichts looten ok da war der mauer hier wird kaputt ein bisschen munition sparen ok das war's so alles da looten gibt es hier nichts einzigste ist halt die kiste und die zombies die man looten kann aber ressourcen mäßig ist hier nichts sonst nichts mehr da das brauche ich nicht habe ich genug von steine brauche ich jetzt gerade eigentlich auch nicht und das brauche ich und das nicht das ja das ist eigentlich eher weniger dass er weniger die die eigentlich auch nicht so das brauche ich auch nicht was war hier nochmal drin die minzen bräuchte ich eher was bekomme ich ne alles ne das kostenlose wie immer so gut dann würde ich mal sagen das war's für heute oh was ist das ah ok Schatzkarte oh nein warum habe ich das Pferd gerufen ahja machen wir es benutzen das Pferd halt jetzt so können wir noch ein Teil mitnehmen dann nehmen wir lieber die hier mit gut dann war's das mit dem Video für heute und ich sage Dankeschön für das Zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr aber nächstes Mal seid bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen Ciao Ciao so mögliche mammals